Jüdis Kahr und die Welt der Welt liebt. Diese Geschichte ist die Sinn- und Wahrheit der siehe. Jüdis bekämpfen heißt, den Jüdis entfernnen. Und er selbst Jüdis. Was ich jetzt sage, ist ganz wichtig. Falls Hitler die Wahlen in zehn Tagen gewinnt, bitte versuchen, den Menschen, die gegen ihn sind, zum Schweigen zu bringen. Ich will hier aber nicht weg. Jetzt fängt das alles wieder von vorne an. Wir kennen keinen, wir verstehen nichts. In zwei Wochen gehen wir wieder alle zusammen ins. Was soll das denn werden? Ein Kalender. Ich kratze jeden Tag ein Kästchen ab, bis wir wieder heimfahren. Letzten Dienstag sind sie da mit einem LKW gekommen und haben eure Sachen abgeholt. Und was hast du gemacht, Mama? Es ist verflixt. Wir fangen zurzeit nur Katastrophen an. Es hat keinen Sinn, das zu malen, was die anderen von dir erwarten. Wenn du ein Unglück malen willst, musst du ein Unglück malen. Hitler hat das ganze Leben aufgeteilt. Bordenmaché. Warum hat sie alles, wenn man alles verloren hat, die Hoffnung hat. Ich verstehe kein Wort, aber das macht ja nichts. Weil bald, bald verstehe ich wieder alles. Hitler. Bordenmaché. 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 Vielen Dank.